Naja, Boltak, ist das vielleicht etwas langfristig gedacht? Ich vermute mehr Stege, ein, zwei Lagerhallen, die wir hochziehen. Oder ich sehe noch Lagerungsmittel. Was Rafim sagt, es wird vermutlich eine große Menge an Nachschub. Ihr wisst schon, Segeltuch, Seile, Munition gebraucht und gelagert werden müssen, um die ganze Sache anlaufen zu halten. Das wohl, bei Swafir. Ja, wenn wir sagen lassen, ein solches Schiff rostet auch gerne im Nichtbetrieb vor sich hin. Wenn ich das richtig abschätzen kann, dann fehlen da wohl noch eine ganze Menge Schiffe, die nachkommen. Und zwar nun alle die Festomise, die in Janka schon aufgebrochen waren. Sogar dieses Schiff von den Zwergen, die Seatler von Xordosh, die fehlt auch noch. Die Tiger von Maraskan und die, wenn denn sie kommen, die ganzen Piraten aus Maraskan. Naja, und dann haben wir uns ja auch noch mit den Karybso-Piraten angefreundet. Äh, sagt Kapoch. Äh, ja, Mann. Ihr habt sicherlich akkurate Karten. Wie tief ist die Bucht hier? Ähm, du, und das ist nicht auf den Karten drauf, Mann, aber ich kann, äh, Knoten... Dann seid ihr vielleicht so gut und stellt ihr einige Messungen an? Äh, ja, Mann. Kann ich machen, Mann. Holt mal das Tau, Mann, mit den Knoten, Mann. Damit läuft der nach vorne. Jere gefällt die Bucht nicht, Kapitän, ja? Ihr seid nicht gerade ein Seefahrer, aber... Nun, nein, aber ich kenne Dämonen und bei hintreichender Tiefe könnte den Goldenborg und Tarantel einen sehr unbequemeren Überraschungsangriff ausführen. Wenn solch große Schiffe, ich nehme an, sie sind ja richtig unbeweglich, so dicht beieinander im Hafen liegen, sind sie vermutlich in einem Schlag zu vernichten. Aber ist das nicht ein Problem, das wir mit jedem Hafen hätten? Ist es verständlich, aber zum Beispiel einen in einer schmarreren Bucht gelegenen könnte man leichter entweder kontrollieren oder sogar, ähm, nennen wir es absichern. Hm. Und sei es nur mit einem reichen, ähm, Warnmaterial, dass man in solchen Angriff vorzukommen könnte. Wir müssen auf alle Fälle die Menschen an den, äh, nun, auf den Geschützpositionen anhalten, dass sie jederzeit bereit sind für Dämonen oder andere Dinge. Ich maße mir nicht an, solche Entscheidungen treffen zu wollen, Kapitän, ja? Ich, äh, führe euch nur die Risiken auf, denen wir von, bei der Seite meiner Expertise aus, ausgesetzt sind. Wenn wir keine Dämonen, äh, oder Rotzen nicht brauchen, dann könnten wir sie auch wieder auf die Türme verlagern. Naja, Sipentio hat aber einerseits natürlich recht, ich denke, wenn ihr genug, lasst sie mich mal seh, Dämonen nennen auftauchen, dann sind wir am Arsch, aber ich glaube, Tsunamin hat nicht unrecht. Das Problem werden wir überall haben. Äh, um genug geht es ja gar nicht. Ein einziger Dämonen-Reiche würde reichen. Na, dann beschwören wir irgendwie einen Wasser-Ginny. Wie schnell seid ihr in der Lage, einen solchen Elementargeist zu formen? Ich überhaupt nicht, weiß Waffnir. Ich denke, da wir nicht haufenweise Häfen zur Auswahl haben, sollten wir uns Gedanken machen, ob es möglich ist, diesen Hafen zu sichern. Ich glaube, es würde auf jeden Fall schon einmal gewisse Vorteile bringen, wenn nicht alle Schiffe dicht an dich legen, wenn zum Beispiel Feuer ausbrechen. Es würde sich ohne weiteres von Schiff zu Schiff weiterfressen. Oh je, ihr habt recht an Saboteure von Landseite, da habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ah, sind wir schon da? Ah, aber was mir gerade... Verzeiht, was mir gerade ein, für Kapitän, vielleicht könnt ihr die mit den Heiratern verhandeln, dass sie eine Unterseepatrouille einrichten. Würde uns den meisten Überraschungen zumindest einen Vorsprung verschaffen. Das ist eine gute Idee. Naja, ich denke, wir sollen erst mal in Land gehen. Unsere Kameraden sind ja den Göttern seid dann keine Frischlinge, sondern erfahrene Kapitäne. Ja, da wird man sich bestimmt auch schon ähnliche Überlegungen angestellt haben. Ach, Rattarazanin und Yagmani sicherlich. Die anderen sollten variieren, gerade an sowohl Erfahrung als auch überhaupt nur Ernstennahmen der Übernatürlichen Bedrohungslage haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Feuer gar nicht so sehr das Problem darstellen sollte. Es sind viele fähige Elementaristen hier. Das ist gut. Und wir sollten auch hören, was die Leute vor Ort von der Sache halten, wenn wir die Regierung der Stadt gegen uns haben. Nun, das wäre auch nicht gerade ein Vorteil. Ich bin mir sicher, dass es nichts als eine Kiste voll Silber und ein freundlicher Brief nach der Landfahrt nicht regeln könnten. Naja, und ehrlich gesagt, wenn ich mir die Stadt so anschaue, lass die 50 Gardisten haben. Ich denke, wir haben inzwischen um die 1000 Mann in der Stadt. Ich denke, hier wird uns niemand rauswerfen. Ja, aber gerade das könnte zu Verstimmungen sorgen. Sie fühlen sich möglicherweise ein wenig überfallen. Aber all das werden wir sehen, wenn wir an Land gehen. Ja, richtig. Voltax, vielleicht kannst du hier so eine Lagerhalle bauen. Das ist in der Tat kein Problem, aber... Das kriege ich schon hin. Ich werde ein kleines Plätzchen für uns finden, wo wir keine anderen Schiffe und auch unser eigenes nicht beschädigen. Oui, Madame? Ja, halte dann wenig Abstand. Damit schaut er so ein bisschen giftig rüber zu Raphim und schlägt nicht Richtung Süden zu den anderen Fahnen ein, sondern legt extra weit im Norden an, irgendwo bei den Zorganen. Ich möchte mir gerne sein Gesicht merken. Weiß ich seinen Namen? Ja, ja klar, das ist der Steuermann, den ihr schon seit einigen Wochen und Monaten bei euch gehabt. Schön, dass du dir jetzt erst sein Gesicht merkst. Ich habe vermutlich keine Ahnung, wer das ist. Steuermann, er hat auch noch eine Hilfssteuerfrau, aber die ist, ja die übernimmt halt bei normalem Wetter, übernimmt sie dann halt, aber meistens in diesen schwierigen Passagen ist dann immer der Steuermann Silem aus dem Horasreich für euch Ansprechpartner. Hat auch so einen kleinen Falken mit dem Namen Alrigio, der immer auf seiner Schulter sitzt oder irgendwo in den Masten. der war kostenlos mit dabei. Ja, dann hätte ich da was zu zu sagen. Okay, dann könnt ihr euch an den Zorganern, der Schacher von Farukant, die auch in eurem Besitz ist, könnt ihr dann ja anlegen. Irgendwo weiter im Süden ist die grüne Manadi. Und ja, dann könnt ihr über Deck und Deck an Bord beziehungsweise an Land von Miamat gehen. Sind wir echt so klein oder sieht das nur so aus? Weil unser Schiff ist hier bei weitem keins von den größten. Wir sind definitiv falsch einskaliert. Ja, die richtige Tokengröße ist auf der anderen Karte verzeichnet. Da habe ich euch eins zu eins. Allerdings sind das jetzt nicht die richtigen Tokengrößen. Ich glaube, das ist nicht richtig. Okay, nur von meiner Vorstellung. Solange wir kein Segefecht im Hafen ausklamisern möchten, ist das glaube ich nicht so relevant. Also ich habe ruhig mal auf die andere Karte rübergezogen. Steuerung, C-Steuerung, V. Beim Schiff, ja, wo sind wir da? Genau, so, also ich muss gerade mal reinschauen. Das hier sind jetzt alles die richtigen Größen. Um, hier ist die Aviandas Rettung. Da könnt ihr, Moment. Wir haben etwa die Größe der Seeadler. Genau, also die Seeadler ist noch ein ganz kleines Tuckelchen weiter. Die hat grob 60 Meter. Die habt ihr nicht ganz, aber... Und dann kannst du auch sehen, warum die Seeadler immer so scheiße im Wasser nicht. Guck mal, wie breit der ist. Ja, also die Breite und auch die Länge stimmt. Das habe ich alles richtig... Das muss so breit sein, weil die, weil diese Ruder ja ehemlich lang sind. Genau. Das ist ja auch, es haben ja drei Ruderdecks. Und da kannst du hier mal so eine... Das ist eine Bierrehme. Kannst du mal daneben ziehen. Bierrehme hat zwei Ruderbänke. Die ist wesentlich schmaler. Ja, ach so. Ja, die hat halt auch weniger, was die Breite angeht, die hat auch einfach weniger Ruderwapport pro Bank. Genau, dann haben wir hier irgendwie Herz von Barbrück. Das ist dann irgendwie so ein Zorg an der Schrift. Das ist dann halt wesentlich kleiner. Das kannst du schon mal erkennen. Was soll ich diese Tocke machen? Die habe ich angepasst oder so. So, und dann schau ich mal. Hier habe ich noch eine Goldmord-Tarantel. Angepasst oder so. Oh, fuck! Oh, nein, doch! Ich war da gerade reingesucht wie sonst nichts. Ja, hier ist die Goldmord-Tarantel. Also das nur als Vergleich. Und die hast natürlich gerade mit ihrem Mund- und Fresswerkzeug könnt ihr dann natürlich so ein kleines Schiff direkt fressen und zusätzlich mit den Beinen, die können ja auch noch benutzt werden, um sich schlagen. Die haben dann auch Turm auf Borden, wo dann irgendwelche Piraten runterschießen oder irgendwelche Kanonendecks zusätzlich dann eben auch noch mit dem Inneren. Die können irgendwie Sphärobomben verschießen. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. In der ihrem Fall ist die Größe nicht das, was sie gefährlich macht. Und wenn ihr noch einmal schaut, Steuerung F, die Plagenbringer, habe ich auch hier. Das ist dann das Monster. Das ist auch eins zu eins. Und die andere Seite zahlt auch gutes Gold? Oder wie sieht das dann mit dem Bezahnen aus? Stefan hat regelmäßig sehr großspurige Angebote gemacht. Ich bin mir sicher, ob er jemals die Intention hatte, sie zu halten. So. Ja, und da seht ihr auch das Schiffkern. Seeschlangen und Maul, Mundwerkzeug. Und selbst die Seeschlangen an dem Ding sind Oversized. Das glaubst du ja gar nicht. Die Plagenbringer ist gar nicht so schnell. Aber sie ist einfach, im Prinzip ist sie eine Stadt, die sich, ähnlich wie die Stadt aus der Tiefe. Also das ist einfach. Aber hier ist doch wieder der Gedanke, den wir vor einer ewigen Zeit mal aufgespannt haben. Wenn wir irgendwie die zwei Seeschlangen wegschnipen können, haben wir jede Menge Zeit. Das wäre, das wäre. Dann müssen wir erst mal neue sourcen und ihr versucht erst mal. Ja, vor einem halben Jahr wäre das noch richtig gewesen. Aber du vergisst, dass mittlerweile die Seeschlangen gar nicht mehr gebraucht werden. Die dritte, das waren mal drei, die dritte hängt tot irgendwo am Wasser hinter denen. Die wird nur mitgeschliffen. Antrieb ist mittlerweile das große Auge von Bahamut. Oh, halt, da war was. Bahamut hat das Schiff verändert und verseucht und weiter permutieren lassen. Dementsprechend, ja. Okay, so hier ist ein neuer Plan. Wir transversalisieren uns in den Norden. Wir luxen Gloraner ihren Splitter ab. Und wir machen Magnum Opus des ewigen Eises im Seelhemgrund. Aber dafür brauchen wir Jalan. Er muss da aufschlagen und sagen, hey, hier ist dein weißer Ritter. Hast du mich vermisst? Also ich bin jetzt nicht bescheiden genug, um Nein zu sagen. Ich habe hier nochmal andere Schiffe. Steuerung F. Warum leuchten die? Weil das Geisterschiffe teilweise sind oder die Seuchenbringer halt Krankheiten mit sich bringt. Also das sind jetzt halt Geisterschiffe. Das ist eine andere Arche. Das ist eine andere Arche. Die Knochenotter, die aus einer toten Seeschlange auch besteht. Oder sich sogar formt hat. Von der habe ich noch nie gehört. Also wenn nur der Haufen hier rechts der Gegner wird, dann hätten wir echt eine ganz gute Schnitte. Das da oben ist ein echtes Problem. Da fehlen ja noch Schiffe. Also die Piraten haben ja ganz grob 150 Schiffe. Ich muss jetzt nochmal reingucken. Aber da fehlen noch eine Menge Piratenschiffe. Aber so jetzt von diesen Dämonenarchen ist es das gewesen von den Geisterschiffen. Und das ist halt auch noch eine kleinere. Also die Seuchebringerin ist, ich glaube, nur 15 Meter lang. Aber die hat einfach Pest und Cholera an Bord. Und wenn du dann in die Nähe versuchst, die zu entern oder wenn sie dich halt entert, dann musst du erst mal auf Konstitution würfeln, bevor du dich dann übergibst. Moment, eine wichtige Frage. War die Goldmongen-Tarantel nicht im Kampf mit dem Blutrochenkönig gewesen? War sie ja, mit Wau-Tor. Ich muss gerade mal schauen. Sie haben als größte verbleibende Arche der zweiten Generation die Reparatur der Goldmongen-Tarantel priorisiert. Genau, so Wau-Tor hat ja auch. Also die Goldmongen-Tarantel ist auch beschädigt. Okay. Was kommt zu? Ist die Goldmongen-Tarantel die einzige Arche zweiter Generation da noch übernimmt? So, lass mich mal schauen. Was ist noch auf der Hornlibelle geworden? Da war die schon dritte. Die Hornlibelle ist... Spurlos verschwunden. Die Spurlos verschwunden, genau. Die war bei der Beschwörung von Mordal, war die da, von Mordal war die dabei. Aber der Kapitän ist wieder nach Torwahl, beziehungsweise in die, in die Hose von Torwahl aufgebrochen und macht nicht mit. Also ich mit Iskir verschärzt, okay. Dann nochmal die Frage. Also, die Goldmongen-Tarantel, die zweite, letzte aus der zweiten Generation? Die Stamm-Generation ist Plagenbringer statt aus der Tiefe und ein drittes Objekt, was zerstört worden ist. Die erste Tochter-Generation ist die Hornlibelle, die Wogenrache. Die Wogenrache ist allerdings gegen die Rondra-Kirche kaputt gegangen. Das war im Prinzip einer der ersten Angriffe, die gestartet worden ist. Dabei ist Eila dann auch angegriffen worden. Die schwarze Borkenkäfer, die ist in Eusilia gestrandet. Da ist jetzt eine Klaverne drin. Ist das die? Nee, nee, nee. Die ist in Eusilia gewesen, wurde kaputt gemacht und hat sich dann mit der Mutter, mit der Stadt aus der Tiefe wieder vereinigt. Die wurde also gefressen. Ja, okay. Die Knochenotter, die ist, ja, die wird euch noch begegnen. Das ist, wie gesagt, im Prinzip eine Seeschlange. Die Galerenbrecher, das ist die, die im transsylischen Hinterland als Holzruine auf euch gewartet hatte. Da habt ihr dann das erste Mal, meine ich, Eila von Schatten, äh, nicht Eila, sondern... Azir, 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 Scharlachkraut habt ihr dort getroffen. Genau, kurz vor dem Turnier von der Schwarzen Sonne in Yolgurmak. Die Wurzelkaiserin ist auch Klasse 1. Die habt ihr vernichtet. Die krabbelt mit einer krakonischen Besatzung und Malmon als Vorhut auf dem Meeresgrund und die wurde, als sie angedockt war, ähm, von euch vernichtet. So. Eure zweite Tochter-Generation, ähm, die Gezeitenspinne, die hattet ihr ja in eurem Besitz. Goldborgen-Tarrantel, Dabukta und die Boran-Storn Genau, und die Boran-Storn ist im Besitz von Helmhafax. Dabukta ist auch zweite, okay. Habe ich noch nie gehört. Die hat auch keine Karagia-Klassifizierung, weil sie im Prinzip nicht bekannt ist. Die ist in den Mangroven-Sümpfen immer zu finden und in der Hand von gemäßigten Piraten in der Chaluk-Bucht meistens. Die kam mal in einem Intro vor, oder sogar in mehreren. Genau. Es müssen ja super gemäßig die Piraten sein, wenn sie eine Dämonen-Näucher haben. Vermutlich für die Monarchen-Piraten sind die Geist. Ja, okay. Die machen halt ihr Ding in den Mangroven-Sümpfen. Oder es gibt halt noch dritte, vierte und fünfte Tochter-Generationen. Das sind aber nicht so viele und die sind auch nicht so wild. Bis zu 15 Schritt lang, da hatte die eine mal kurz verkündet und vernichtet. Asagena-Imperialer. Genau, die Asagena-Imperialer. Oh, dass du den Namen noch weißt. Was ist die anderen noch? Ich habe nur die Generationen gerade ein bisschen zusammengeklemmt. Ja. Also ich muss jetzt auch nicht... Ich erinnere mich an jede einzelne Frau ist Ding. Sehr gut. Wenn die so gemäßigt sind, sollten wir denen einen Brief schreiben. Hey, wollt ihr bei diesem großen Spektakel wirklich mitmachen? Habt ihr nicht Besseres zu tun? Hier sind Hundert Goldstücke. Do your thing. Ihr könnt das ja versuchen. Ja, aber wir kennen die ja nicht wirklich. Ja, wir wissen gar nicht, dass sie existieren. Aber ihr könnt, ihr habt ja High-Reiter. Aber gut, dann müssen wir die mal fragen. Aber umso später die Generation wird, umso kleiner werden die Viecher im Prinzip. Vor allem umso leichter ist das Herz zu erreichen. Das ist der Asagena-Imperialer, aber direkt vom Deck, basically. Weil da einfach kein Platz war für eine riesige Kammer. Okay. Also je jünger oder je älter das Schiff ist, desto mehr Schiffe hätte es fressen können. Ein hinreichend veranlagter Hafax wäre sicherlich auf den Dreh gekommen, dass man auch sehr kleine Dämonen in eine sehr große Menge in die Spheerung rausschmeißen können. Aber ich glaube, dafür ist gerade wieder Zeit nach Logistik. Aber Hafax macht das ja anders. Der hat ja noch zwei in seiner lebenden Werft, unabhängig von der Boronstorn. Und die benutzt er zum Bau von, in Anführungsstrichen, profanen Schiffen, weil er denen die Haut abzieht. Ich wollte gerade sagen, Hafax hat nicht die Kapazitäten, um neue Dämonen zu erschaffen. Das ist auch nicht sein Hauptanliegen. Der hat ja den Kampf zu Land. Der will ja gar nicht über See herrschen. Ich hatte da Theorien zu, aber maybe not. Gut, das ist so ein bisschen der Überblick. Hier sind all die Schiffe geeicht auf Breite und Länge. Und so wären sie richtig. Jetzt auf der anderen Karte sind sie tatsächlich nicht richtig. Aber es ist ganz grob, ganz grob kann man sich daran orientieren. Ich stimme tatsächlich, ich weiß nicht, was ich jetzt gesagt habe, aber von Unterwasserrechnung ist die besseren Chancen aus. Wurzelkaserin ist... Wurzelkaserin ist... Out of the picture, right? Oh. Die habt ihr vernichtet. Die haben wir kaputt gemacht. Ja, ich war mir nicht mehr sicher, aber Frost hat ja dann vorgebracht, ihr wart ja in das niederhölnische Abbild, nicht, dass die doch noch sagt, Überraschung! Nee, nee, es ging nur darum, ob ihr den Kapitän geduldet habt. Und den habt ihr nicht getötet. Das heißt, unsere größten drei Unterwasserprobleme sind die Goldmongen-Tarantel, der Amrichot plus Gegröße plus High Reiter auf deren Seite. Hängt davon ab, wie war ja daraus geht, das schätze ich. Alltagskriegst du dann momentan einen Meister hin? Ja. Gut. Also wenn ihr in der Mitte von... Ich muss gerade mal schauen. Wenn ihr in der Mitte von dem Seelandgrund kämpft, und dann kämpft ihr nicht nur gegen Piraten, sondern dann richtet sich auch noch Vayat mit seinen Krakoniern gegen euch, die euch von unten angreifen, dann habt ihr ein riesiges Problem. Ja, und das ist doch gerade der Dreh, dass wir da einen Riegel vorschieben. Dass ihr zumindest die Angriffe von unten abstellt, weil da helfen auch keine Rotzen und da keine Skorpionen, die ihr an Bord habt. Wir haben halt nicht genug unter Wasser befähigte Verbündete, um da einen Stich zu tun. Deswegen? Ah ja, tschu. Und hier wäre der Schlüssel des Wassers super hilfreich gewesen. Ja, der wurde halt gesandereitig verwendet. Ja, kurzzeitig... Wie? Warte, war der nicht bei der Befreiung des Wachensball? Nein, da war der Ring der Wogen und so. Au, anderes Wasser-Artefakt. Ja. Der Schlüssel des Wassers, damit hätte man halt die Region kurzzeitig entwässern können. Ich meine, you know, ewiges Eis, anderes Anfrieren, fertig sein. Ja, ich sage... Ich will es nur noch, ich will es nur gesagt haben. Der Schlüssel des Eises würde hier auch was bringen, ich gebe es zu. Der Schlüssel, nein, der Nackersplitter. Ja, wie gesagt, ihr könnt dann anlanden und landgehen und schaut euch ein bisschen um. Es kommt eine missmutige Wache auf euch zu, die wohl vom Hafen ist, wohl aber auch alleine. Und ja, wenn ihr dann irgendwie Aufstellung genommen habt, beziehungsweise euch umblickt, kommt dann ja auch direkt auf euch zu, obwohl er viel zu tun hat. Äh, ihr, ähm, ihr seid auch schon wieder neu. Wie lange wollt ihr bleiben? Ähm, solange ist mir beliebt. Ja, alles klar. Meldet euch in der Kommandatur, ihr müsst das bezahlen. Ähm, der Hafenmeister ist beschäftigt mit all den anderen Schiffen, aber ihr müsst euch da auf alle Fälle melden. Wenn ihr das nicht bezahlt, bekommt ihr Ärger. Wie heißt euer Schiff? Aviandas Rettung. Und keine Sorge, wir werden natürlich die Liegegebühr bezahlen. Okay, ich schreibe mir das jetzt nicht auf, ich vertraue euch, aber meldet euch in der Kommandatur. Ich hab's euch gesagt. Junger Mann, ihr seht aus, als kennt ihr euch hier in der Stadt aus. Äh, ja, klar. Ich wohne hier, beziehungsweise seit fünf Jahren zumindest. Erzählt mir doch etwas. Wie ist die Stadt so aufgebaut? Was sind die wichtigen Orte, die man kennen sollte? Und noch viel wichtiger, wo sind die ganzen anderen Kapitäne, den gegenwärtig anzutreffen? Ähm, also für uns am besten ist die Taverne zum Kraken. Die findet ihr direkt in der Mitte. Äh, da in der Nähe ist auch der, der Boron-Tempel, wenn ihr da beten wollt. Und die Kommandantur ist ein bisschen weiter nördlich. Da findet ihr dann den, den Kommandanten Katagordo. Und die Rest von uns, aber ich muss auch eigentlich wieder weiter. Es sei denn, ihr bezahlt mich. Aber Mia, kennst du das hier schon? Ja, bezahl selber. Ja, ey, jetzt erholt die Hand auf. Lauf, lauft einfach weiter. Hier stehen auch nur 20 Häuser. Ich denke, wir sollten den Mann nicht länger von seiner Arbeit abhalten lassen. Und was meint ihr, schauen wir einmal in dieser Kommandantur vorbei und halten dann nach Korraga und Kugras und den anderen Ausschau? Das scheint mir ein Kugra-Plan zu sein. Und währenddessen läuft er schon wieder weiter. Hey, wer hier passt da an den Rand? Und Maas regelt ja wohl irgendwelche Matrosen, die da wohl gerade von einem anderen Schiff runterkommen. Hab ich von diesem Katagordo schon mal vorher gehört? Kenn ich den Mann? Ja, du kannst meinetwegen gerne eine Kriegskunst, ist es nicht. Das würde ich nämlich schaffen. Ja doch, komm, gib mir mal eine Kriegskunstprobe. Ja. Aber da musst du ein paar Punkte mehr... Boah, doppel 19, fünf Punkte. Und komm, Neuwürfeln... Schicksalspunkt. 13 Punkte und der Schicksalspunkt soll mir reichen. Du kennst ihn persönlich, hast du noch nicht viel von gehört. Aber du weißt, dass er wie gesagt ein in Ungnade gefallener Zögling von Odoran Dumitueras, also von einem ehemaligen Feldkommandanten, der eben auch den Kormfeldzug gegen die Novalis geführt hat. Und der wurde abkommandiert hierhin, damit er einfach weg ist. Hier kann er nicht so viel Blödsinn machen. Er ist auch kein Grandensohn, sondern einfach ein Porkkömmling, der noch relativ jung ist. Und, ähm... Und, ähm... Und, ähm... Und, ähm... Und, ähm...